Das war wie ein Kessel auf nodernden Flammen. So sehr brauste mit Ungestüm ihr siebender Stubel. Und hochauf spritzte der Schaum und deckte die Gipfel der Felsenricht. Dass nicht die Gefährten aus Furcht des Todes die Ruder sinken ließen, sich im Schiff zusammendrängten und wir alle stülpen. Zappelnde Beute, hinaufstecken ans Ufer. Warum sind wir Ithaca überhaupt gegen Torjahr 1 gezogen, weil es uns gerecht und jener Krieg uns fähig schien zum Sieg der Freihandels zu führen? Oder oder? Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020